hallo und herzlich willkommen zurück zu it takes two ja nach dem erdklatscher hier gerade wann bin ich jetzt völlig orientierungslos man von hier sind wir jetzt gekommen genau ja zum glück sind wir oben ich baller euch aber sind hier mal auf dem weg schade geht nicht das ist was für mich finger weg muss da erst was machen so jetzt kommen da nämlich beide rum okay das ist nicht zum springen ich hasse diese dinger zum springen also jetzt so das was wir vermutlich jetzt hier machen müssen oder ich hab's geahnt wenn das so eine extra ein extra ding ist dann kann das nur damit zusammenhängen nein nicht darunter nein hallo bleibt doch mal da drauf ach so wir müssen dann nicht unbedingt drauf hier oben ist eine fliege eine mücke oder was auch immer egal da oben aber die fliegt nur so rum dies begleitet uns du meinst jetzt nicht den schmetterling da oben nein hinter dir war eine libelle oder was es war ja was denn jetzt eine mücke eine fliege oder eine libelle eins von den dreien die sehen ja alle gleich aus genau wie schmetterlinge ach du scheiße also die ich bin ins darf ja ich wollte gerade sagen wahrscheinlich musst du den weg und es scheint zu stimmen nein geh weg da hau die nummer nein nicht die nimm ihn auch mann ich kann die nicht steuern die guckt ganz woanders hin was ist das während des kampfes kann ich irgendwie die ansicht nicht drehen oder was jetzt 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 doch nicht kommen aber letztendlich muss ich es ja auch alle treffen ich komme hinten nein geh weg da ich muss dahin ja geh doch mal da raus man ja ich bin auch gleich kaputt ist wieder da ja aber ich kann nicht dahin ich muss da das ist zum kotzen da kommen zu viele von den kleinen müssen den großen schneller kaputt bringen ja mach 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 ich ja schon wieder da doch kommen schon man auch gehen wir nicht auf den sack gehen woanders hin nein warum haust du ja weil ich immer den anvisieren die blöde kuh zu den kleinen springen das ist zum kotzen kommt zu mir erklären soll ich erstmal weg machen ja er hat mich alle gemacht ja genau das will ich nämlich verhindern dass er mich auch alle macht was macht denn jetzt so und wer da kommt jetzt geh doch mal dauernd geht die an dieses scheiß schild dran es ist Hallo. Kann ich die irgendwie lenken? Ja, aber sie möchte sich nicht hinsetzen. Ähm, okay. Okay. Die ist süß und fluffig. Und schnell hat sie gesagt. Oder oben ist was. Du musst mir irgendwie helfen. Irgendwie mit irgendwas, was zum Helden. Nee, springen kann ich nicht. Ähm, hier ist noch was. Pass auf. Ja. Guck mal, da kannst du dich ranhangeln. Nee, ich kann hier wahrscheinlich hochfliegen. Hier musst du hin, Schatz, wo dieses knuffelige Etwas ist. Die Vogelspinne, ja geil. Das knuffelige Etwas. Ich bin da. Nee, musst du erst runterziehen. Was, was, was? Da ist eine Spinne gefangen. Die müssen wir befreien. Oh, da. Oh. Hab ich jetzt auch gespielt, ne? Hallöchen. Oh. Ah, jetzt können wir um die Fette laufen. Guck mal, wie schnell die sind. Oh. Okay. Aber ich kann nicht springen. Gehen wir jetzt wieder zurück, oder? Nee, wir gehen zurück, ne? Scheiße. Scheiße. Ähm. Boah, warum gehe ich auch hinter dir her, ey? Ja, aber ich kam da nicht hoch. Da in die Richtung, wo du jetzt gegangen bist. Da kam ich nicht hoch. Und hier kann ich kein Netz machen. Ich da irgendwo Netze machen? Wie die da hängen. Äh. Also ich hasse ja Spinnen, aber irgendwie ist das hier niedlich. Wo müssen wir hin, ey? Ja, von da hinten sind wir ja gekommen. Wenn ich das jetzt hier auf den Kopf alles richtig sehe. Ach so, wir können doch hier rumgehen. Oh, wir sind doof. Ach so. Folge der offenen Rinde. Also der, äh, des Kanals. Hast du das denn jetzt gelesen? Nein, das habe ich nicht gelesen. Oh, aber es ist doch eine Spinne, die kann sich doch, äh, halten. Die hält sich doch. Oh, es ist krass. Es ist so fiff. Und eklig, irgendwie. Und ich laufe noch hinter dir her. Kommst du da weiter? Warte mal. Ja, ja. Ach so. Also wenn Spinnen wirklich so die Welt sehen, na? Oh Gott, ey. Irgendwie. Das ist schon krass gemacht, ey. Ja, aber wenn du überlegst, dass die wirklich so die Welt sehen, das hört sich jetzt doof an, aber... Weißt du? Alles dreht sich. Ich glaube, ich... Ich... Ich würde die ganzen Tag nur kotzen als Spinnen. Ja, aber die haben anderen Gleichgewichtssinn. Für uns ist das jetzt schlimm. Aber für die nicht. Glaube ich. Die haben andere auch Gleichgewichtssinn. Gleichgewichtssinn. Oder Koordination. Und Schüss. Oh, und der böse Gartenzwerg. Geh mal hier rum. Ach da. Ich glaube, das machst du lieber erstmal alleine. Irgendwie geht's hier nicht. Ja, doch, du musst zur anderen Seite. Ja, weiter, 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 weiter. Ja, warte doch mal. Ich muss das mal gucken. Ja, du bist so tief. Jetzt. Jetzt kannst du schießen. Schnell. Uah. Oh, komm, dreh dich. Du machst das gut. Ich krieg noch keine Öffnung gerade. Gehe nicht durch diese... Gleich kommt eine Falle, glaube ich. Das kann sein, dass du da... Was für eine Falle? Oh, ich dachte, das wäre jetzt die Falle, weil ich das für die jetzt dran durfte. Pass auf, pass auf. Geh nicht durch die Mitte da. Ich bin am Rand vorbei. Es sieht aus wie eine Falle, wo man einbrechen kann. Siehst du die Stöcke da? Das könnte sein. Das kann ich jetzt erst mal... Ach so, jetzt, weil du jetzt da bist. Nee, du hast es so vorher auch schon gemacht, oder nicht? Nee, ich konnte es nicht aufmachen, solange du nicht in der Nähe warst. Ja, siehst du mal, es braucht halt zwei. Deshalb heißt es ja auch, it takes two. Just me and you. Aua. Das war nicht nett. Nein, ich will nicht schwimmen. Spinnen mögen kein Wasser. Außer als Tau zum Trinken. Was kommt jetzt? Oh. Sind wir da runter? Nein, hier, hier. Hier, hier, schnell, schnell. Es geht nicht. Mach. Jetzt können die springen, ne? Oh, oh. Wir wurden getrennt. Wie immer. Folge den Ameisen. Das habe ich mal irgendwo im Fernsehen gesehen. Ich glaube, das war bei Liebling. Eigentlich hat die Kinder geschrumpft. Das ist das eine Spiel, das wir nicht gespielt haben, weil du es nicht hast. Dieses, ähm, im Garten da, mit diesen Kinder geschrumpft. Wie heißt das noch? Ähm. Ja, das hatte ich leider nicht, weil es noch nicht so gut war. Ich bin doof. Ich bin irgendwo in das Böse gegangen. Okay, das war nicht gut. Das war sehr schlau. Kann ich da rüberhüpfen oder irgendwas? Das ist so grün angezeigt. Ach, nee, nee, du bist da hinten. Hä? Naja, du kommst zu mir, oder wie? Achso, du kommst da hinten rum. Kannst du den Baumstamm runter, dann wärst du bei mir. Ih, du hast einen pelzigen Hintern. Ja, ich komme nicht hier rüber, weil das hier irgendwie, hier ist rot. Wenn ich da reingehe, bin ich tot. Da unten, das meinst du, was da runtergeht? Ja, da kann ich hier, aber hier rum komme ich auch nicht. Ja, aber da ist doch ein Baumstamm direkt unter dir. Kannst du da nicht drauf? Unter mir? Nee, komme ich nicht hin. Guck mal bei mir auf der Karte. Jetzt bist du wieder. Aber irgendwie. Ja, aber bei dir ist es, warum zitterst du so? Hör mal auf, da oben hinzugehen so. Das wäre ätzend. Mal ein Stück zurück. Ach, warte mal, komme ich da rüber? Nee. Ja, wir müssen, also hier ist was grünes. Das ist wahrscheinlich dann, ich dachte zumindest für mich, aber, oder kann ich da unten runterspringen? Weil da oben ist was, wo ich weiterkomme, aber ich muss erst mal da vorne hinkommen. Ah, Entschuldigung. Oh, Mann, ey. Ähm. Ja, aber ich komme da auf die Seite, aber ich komme da nicht hin. Ich kann das Netz auch nicht bewegen. Und ich muss da irgendwie auf dieses Ding, oder heißt das nur auf die andere Seite? Keine Ahnung. Können wir nicht irgendwie ein Netz aneinander bauen oder so? Warte mal, ich komme mal eben rüber. Hä, wie, du kannst rüberkommen? Du kannst nicht rüberkommen. Doch, ich komme mal eben rüber. So, kann ich hier irgendwas machen? Nee. Nee, aber das da, kannst du da was dran machen an den Holstern? Komm mal hier hin und mach mal ein Netz zu mir. Na, kann ich nicht. Das war ja mein Gedanke, oder? Nee, da komme ich jetzt auch nicht mal hoch, wenn ich da drauf... Kann ich ja absteigen? Nee. Aber ich kann doch normalerweise... Hier sowas kann man doch hochklettern als Spender. Das sind sie aber komisch gemacht. Hm. Jetzt habe ich gerade die Orientierung verloren. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt zurückgegangen, oder? Bin ich jetzt zurückgegangen. Bitte. Ich verstehe nicht, dass ich hier nicht weiterkomme. Ich verstehe es gar nicht. Habe ich irgendwas verpasst hier, oder so? Oder kann ich hier unten hin lang? Nee. Ich komme mal eben bei dir mit. Was ist das denn hier? Das haben wir gemacht, oder? Das Blaue da hinten. Ja, und darüber komme ich ja nicht. Hm. Ach, warte mal. Kann ich da auf der anderen Seite hin lang? Was meinst du jetzt? Nee, das ist ja dann bei mir. Aber kannst du da nicht irgendwie hoch? Nee, es geht nicht. Nee, man kommt nicht rück... Das haben sie blockiert hier, dass man da nicht runter kann. Obwohl das eigentlich ein... Hä? Ja, aber auch zum Beispiel jetzt links kann ich... Also von dir aus gesehen, jetzt könnte ich auch nicht hochklettern. Das ist auch irgendwie so... Kannst du da hin? Ja, ich versuche es gerade. Nee. Keine Chance. Ich komme da nicht hin. Ja, aber kannst du denn weiter... Geh doch mal bitte weiter. Du musst was schalten... Mach mal bitte. Ja, aber ich kann ja nicht weiter. Ich bin ja hier blockiert. Darum geht es ja. Ich kann ja hier auch nicht hoch. Aber warte mal. Was muss ich denn da machen? Warte mal. Da steht doch irgendwas für mich, ne? Da steht was... Achso, ich bin blau. Oh ja, dann ist das für dich da. Also, aber ich... Nee, dann kannst du nicht ein Stück noch nach links? Oder kommst du von da aus da nicht da dran? Das ist rechts, Schatz. Ja, aber... Wenn du da drauf stehst, kannst du das dann nicht anvisieren. Kannst du gar nichts anvisieren eigentlich, ne? Dann komm ich gar nicht mehr hoch. Weil das ist direkt vor mir, aber es wird dir jetzt nicht mehr angezeigt. Es wurde mir gar nicht angezeigt, die ganze Zeit schon nicht. Achso, vorher auch nicht. Hab ich jetzt nicht... Nee. Der einzige Punkt, wo ich annähert da hinkomme, ist hier. Das bin ich. Ja, aber die kann ich auch nicht an... Das sehe ich auch gar nicht, ne? So weit kommt es schon gar nicht. Ja, du bist auch nur die Hälfte ungefähr. Du kommst da gar nicht ran, ne. Nee, aber das muss ich machen. Das ist ja meine Farbe. Aber wie komm ich da rüber? Kannst du irgendwas hier machen auf diesem... Ach, sprühe doch mal Wasser da drauf. Kannst du da Wasser drauf spüren von der Plattform da, wo du eben warst? Komm doch mal hier hin. Also jetzt nicht von hier aus, meinst du jetzt? Nein, nein, von da, von da. Gehst du mal da, genau. Gehst du ganz an den Rand? Boah. Hier. Ja, und dann? Ja, und jetzt mach mal auf das... Äh, 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 Zeug dem Wasser. Achso, oh nee, na. Ach, kannst du nicht machen. Warte mal, ja, 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 ja. Ja, weiter, weiter. Sprühe, 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 schatz, sprühe. Okay, manchmal sind es auch die einfachen Sachen. Ja, deshalb ist die Plattform da. Das hat mich die ganze Zeit irritiert damit. Warte, jetzt komme ich. Warte mal, kann ich zurückgehen, nee. Kannst du da runter... Ach, hoch, geh hoch. Ach so, dass das hier... Ah, stimmt. Jetzt kannst du auch weiter. Warum bin ich jetzt hier voller, äh, Dings? Man merkt schon, du kannst keine... Du bist keine gute Spinnen. Ich hasse Spinnen, das weißt du. Ich weiß. Deinen Strahl könntest du auch besser koordinieren. Man merkt, dass du ein Weibchen bist. Sonst noch irgendwelche Beschwerden? Oh, das ist die Mama. Das ist wirklich die Mama. Das war doch logisch. Sieht doch genau so aus. Ja. Ja, genau. Ah, sie hat uns ein Weg gezeigt. Die Babys haben bestimmt gesagt, Mama, Mama, wir müssen denen helfen. Äh, warte mal. Aber der Weg, der sieht, oder? Nee, da kommen wir direkt zum Endgegner. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt drüber. Warte mal, gibt's nicht. Ja, vielleicht haben wir jetzt einen harten Cut gemacht. Wir sind uns jetzt noch nicht so ganz einig, weil wir wahrscheinlich nicht direkt zum Endgegner jetzt hier rüber kommen. Oder? Aber das mit den Spinnen war irgendwie cool. Doch, das ist die Plattform von einem Endgegner. Wolltest du da jetzt... Oh. Oh. Hä? Ach, Wasser. Nee, das bist du gewesen. Das war nicht das Wasser. Ja, ich hab's runtergeholt. Mach, mach, mach. Okay. Okay, du musst alles machen und ich muss die Metzeln, die Großen. Ja, die Kleinen aber auch. Die Metzeln nicht gerade hier. Ja, aber die kann ich nicht. Die sind oben. Da komme ich nicht ran. Mann, was ist das für eine scheiß Ansicht, ey? Ja, es ist extrem klein. Das ist das, was mich bei dem Spiel doch sehr stört. Mach schnell. Oh, nee, komm, ey. Ich muss mehr in der Mitte bleiben, glaube ich. Aber dann treffen sie mich. Ja, hier ist ein Differ. Nee, das ist das Einzige, was mich bei dem Spiel hier wirklich stört. Die Ansicht. Weil die so unheimlich klein ist, dadurch, dass das so ein geteilter Bildschirm ist. Nee, das ist unten, das ist eigentlich so unten. Oh, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Ich hab' aber auch keine zwei, drei Sekunden Zeit dafür, ne? Komm schon. Geh runter. Ich meine, irgendwie kann es versucht ihr, obwohl jetzt sind sie ja beide relativ unten. Oh, die kriegst du überhaupt nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh, scheiße. Ich guck aber, dass nicht so viele von den Kleinen draußen sind. Ja, wieso muss ich die jetzt auch noch machen, oder? Ja, klar, die kann ich ja nie machen. Steht schon ein paar Mal gesagt. Oh, komm. Ich krieg' ihn nicht. Oh, nein. Ach den Daumen. Was ist jetzt? Kann ich nicht. Ich bin tot. Hallo. Wie soll ich den denn daumen machen, wenn er mich gerade getötet hat? Vor allen Dingen, wieso? Wie hat der mich getötet? Okay, einer ist daumen. Einer ist über dir, kleiner. Ja, ich... Ach so. So, warte mal. Ach, ich bin so doof. Im Springen kann ich die erwischen, die Kleinen. Jetzt, jetzt, jetzt. Haben wir, haben wir? Einer, ja. Ach, jetzt kommen die. Mach mal Wasser rein in den... Ja, mach mal Wasser rein. Schnell. Er ist schon drin. Ach so, nee. Ach so. Aber das dauert so unheimlich lange. Ach so, du musst das Wasser rein. Ja, du musst die von mir fernhalten. Ja, ich versuch's doch. Aber das dauert, wie gesagt, unheimlich lange, ja. Ich muss nur zwischendurch auch mal die, die nah bei mir sind, auch mal eben kaputt machen. Äh. Da ist noch einer. Ja. Hier ist was aufgegangen. Komm rüber. Kann ich schon rüber? Äh. Ja. Ach nee, das war... Nur oberhalb. Ja, ich würde sagen, jetzt sollten wir definitiv mal einen kleinen Cut machen. Ziemlich feucht hier unten. Ja. Ja, 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 ja. Und, äh, so wie das aussieht, habe ich so ein bisschen die Sorgen, dass hier irgendwelche Maden gleich rauskriechen und uns angreifen oder so. Deswegen sag ich mal einfach, kurz und schmerzlos, bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Vielen Dank.